Eine schlanke Mitte und sexy Kurven. Auf die Proportionen kommt es an. Das Core-Workout für Bauch und Taille ist die Expresslösung für eine tolle Körpermitte. Die super effektiven Übungen sorgen für schnell sichtbare Ergebnisse. Sie werden die Veränderung spüren. Der Fettstoffwechsel wird aktiviert und das Core-Training geht gezielt an die gesamte Rumpfmuskulatur und sorgt so für eine flache und straffe Körpermitte. Gut aussehen und sich wohlfühlen. Sexy Kurven mit dem Core-Workout für Bauch und Taille.